Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Tech Light noch mal aus meiner Sicht so und ja ich helfe diesmal Markus, ich habe nämlich keinen bock mehr auf den scheiß japan-Tempel Wieso baust du genug, darf ich? Weil du Lappen bist, du baust nämlich da wo ich baue Achso, jetzt weiß ich es. 42. 84. Ist doppelt egal. Kann auch noch was die doppelte Dicke von die 80 ist Ich gehe nach ins Kino Oh, Gangster Unknow User Der Film ist scheiße Sicher? Ja Junge, das ist ein Horrorfilm, der ab 12 ist Achso, Unknow User Ach, was ist denn ein Horrorfilm, der ab 12 ist, Alter? Der muss den Film nicht mehr angucken, um zu wissen, dass er scheiße wird Das ist ein Film, der irgendwie... Also, ihr mögt den nicht Ich habe nicht lange geschaut, aber ein Horrorfilm, der ab 12 ist Ja, ne, wenn ihr nicht mögt, ich erst recht räumen, so, indem wir... Okay... Sie hat nämlich keine Ahnung, deswegen gehe ich da extra rein, ne? Ja, das ist echt keine Ahnung Der macht keine Ahnung, der macht keine Ahnung, also... Das Gegenteil, was die mir jetzt sagt Das stimmt, wir haben echt keine Ahnung... Ja, geht auch hier Bloß nicht erschießen gehen So, jetzt hast du ein... Jetzt bist du ein Arschgeleckt Jetzt bist du ein Arschgeleckt Da stehst du drauf, Markus, gell, ich weiß es ja von hinten Jeder steht drauf, wenn du dich tötest Achso, hör mal, wenn du dich Arschgeleckt und so... Verschwinde ist meine Seite Komm jetzt meine Da sehe ich kein Blöcke mehr, glaube ich, oder? Da habe ich noch Blöcke Genug 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 Habt ihr... 24.000... Reicht dir das? Ja, kannst du wieder eine Verwerter reinmachen Naja, kannst du nicht, brauche ich noch... Du musst wieder arbeiten damit Wenn ich den Verwerter reinhauen, ist es sofort weg Ja, sofort nicht, das wird eine Weile halten Nein, das hält quasi nicht Hast du gesehen, der Dirt war nach zwei Minuten weg Und es war... wenn überhaupt Und es waren auch 8.000 oder so Also am Ende der Folge wäre es weg Ja, das glaube ich auch Boah, Alter Boah, Alter Alter, du bist so ein unknown user, ey Ja, ist trotzdem will ich in den Film Boah, Alter Boah, hast du viele Blöcke im Foto, oder? Ich habe noch ein Stack Irgendes slime hüpft direkt nach meiner Schaltung Und es regt mich gerade ein bisschen auf Du steht ihr recht Na, ne Was machst du, Alter? Du kannst es nicht Du, siehst du, Mann Jetzt kannst du es nicht Du kannst es nicht Das heißt, dass ich der Hälfte Dann brauchst du den Scheiß nicht allein machen Ja, aber du kannst es nicht Sven, mach du deinen Scheiß da unten Ist du mir bumst Jetzt mach mal die Farmer, Alter Mal die Schnauze Halt die Schnauze Schnauze Mal was sinnvolles Ich bin immer noch mit Funterscheiß nicht Technik beschäftigt Ja, mach so irgendwas produktiv Halt doch nur was produktives mal Ja, ich hab mir Drei 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 Weg Drei 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 Groll O den Da Zwei Ja Fisch sicher h Und jetzt sind wir hier in einem Geh-Druck oder sowas. Siehst du das? Von den Lichteffekten. Ja, das ist cool, gell? Richtig geil. 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 So haben wir das für den Entwickler. Foto mach mal ein Loch, bitte. Dankeschön. Foto mach mal ein Loch. Boah, Junge. So, das Dach ist fertig. Sehr gern. Juhu, jetzt müssen wir überall Fackeln hinklatschen und innen auch Fackeln hinklatschen. Ja, stimmt. Warte. Alter, mein Rücken. Erstmal ist es auch so runtergemacht. Du bist schon echt abend dran. Also wir machen jetzt aber noch eine Folge, weil wir müssen noch Planets halt aufnehmen. Jawohl, ne? Jawohl. Wo liegt denn eigentlich so viel Dirt rum? Äh, keine Ahnung. Oh, man, Windows LED irgendwas. Nicht gut. Pizzi muss neu gestaltet werden, tschüss. 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 Ja, bei Weiß. Da hat man so ne Stimme und die kommt, tschüss. 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 Ja, vorher. Auch nö. Auch nö. Wafer. So, die Wafer packe ich jetzt. Ja, genau. Tschüss. 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 Ja, weil wir auch, Alter. 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 Nehmt mal der gescheite Sprache an. Alter. Alter. Wollst du nicht mal ein Video machen, wo... Ja eben. Wir achten, dass du damit du was zu tun hast? wie er den block vor sich abbaut und dann reinläuft ja das hat Voodoo gemacht Voodoo komm mal ein, hast du Fackeln? nein nein Voodoo hat keine Fackeln wieso John? wieso? hast John? es ist ein Foto, nicht John jetzt hast du John hast du schon? you got a new name, John wo bist du gerade? arbeiten hast du dann ist ja nichts mehr arbeiten du machst gerade einen Teich weg, hast du schon was heißt mein Teich ist nicht schon hey du hast ja auch die Lichter Moment die sind an die sind an die sind an die geht auch immer wieder aus alter jetzt gehen sie aus jetzt an jetzt an jetzt aus und ich will das die ganze Zeit an 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 Hebel klasse klasse also boahs und jetzt muss ich das ganze nur noch mit unseren Hebel an der Wand verbinden und das machst du jetzt bis zum Atomkraftwerk und bis zu unserem Hafen Roig Halt also Fake observant kalt 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 photo ziehst du die oxygen weiß hauch welcher wie Kalt 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 kalt, Kalt 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 kalt, Kalt 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 kaltav wieder ein weg geht aber ich bin kein lichtsensor das sind los don man mit dingen drin mit redstone block nein was ist denn jetzt so was machen wir in vor allem was ist die farme ist so riesig und die windmüde die kannst du abreißen noch mal neubauen größer das wirkt ja gar nicht mehr ich bin müde ist geil alter nüster als ich hab nur das kippe ja hat umgemacht heute ab dem gebad und hat das macht boom wenn er verletzt wird hier wird es wird die funktionieren für die jahre die europäische ich hätte ich jetzt was oder ich habe ein paar position du weißt dass ich bleiben kann ich kann ich auch aus der luft schießen dann aber noch beschissener für dich ich kann meine flight control einschalten gleich bin ich gekickt was schießt mich denn jetzt wieder vielleicht könnte ausschalten sollte gekickt zu werden zuerst euch noch im system anpassen das war ich nicht so dick an die oberfläche geht und die hebe wir bitte oben also hier von hier unten so geht aber jetzt liegt wieder alles ich hab angst ich hab angst über die energie ihr habt eine energie gelehrt muss rumreden das ganz radios und jetzt geht es zu dem anderen hebe und scheiß aus welchen an der anderen tür oder im haus hängt auch jetzt stehst du quasi davor wie blöd ist der hebel ist total behindert da sind machst du weg machst neben die tür das muss ich uns raus und dicker wache macht man die hauswärts legen die du einst dick ist kann man lassen dann kannst du die fackeln direkt am weg mal entfernt ja wacht doch macht es einer sklaventreiber eine falsche bewegung durchs tod und ich renne mal im kreis damit ich strom habe ich helfe im kreis redet dabei alle fackeln wegreißen nein alle frage kannst du nicht weg machen du idiot lasst die fackeln da wieder hin machen doch die brauchen wir das haben wir gleich kreis fliegt er war die luft ein ende und sich wie dinge auftauchen du bekommst halt nur den scheiß keller rum ich habe nur in dem keller rum mit mutter zu sagt was ist die schaltung da muss ich habe nie gesagt dass seine schaltung hin muss ich habe gesagt das soll der tageslicht schaltung sein ja dann habe ich die gepackt okay es geht nicht wie wollen wir es machen mit mit ein und ausschalten wie weit gehen das wlan signal ist wenn es war wieder hinstellen genau davor was über die farbe die farbe oder was die farbe sich anstelle oder was ans lg tv das mit close und auskleiden innen drin ist klar jetzt nicht keine erde mehr ja ich kann euch direkt in die mitte von der farbe ganze ding stellen nein hier wlan signal ins lg tv ja das ist drei block breit und die inneren drin dann mit close und warum ein weder sich weiter oben dann habt ihr unten verkehrt sich weiter nein wir sind keine erde leute nein haben wir nicht ich will das ding beleuchtet hat ja da macht doch dem kloster ja eben aber ich will das ein und ausschalten du kannst du nicht ein und ausschalten langweilig so wie der unten gemacht hat das signal da das geht unendlich weit ok da machen wir nämlich hier guckst du habe ich das gedacht habe hinten dran die schaltung dieser verkehr davon hinten drauf guckt man von mir ist so doppelt ist mir egal guck hier innen drin jetzt bis ein block obendran mit lampen ausfüllen und dann kann man das ein und ausschalten weißt du wie ich meine ist es beleuchtet ist bestimmt auch cool aus wenn man das drei dick machen dann können wir die schaltung komplett in rein bauen genau wir haben ja genug wir können aber auch einfach ein stick lassen und die stelle hinten drauf wollen weil ich denke nicht dass wir hinterm lg tv da die welt ausbauen werden oder da hinten dran kommt nichts mehr und falls du kannst aber doch dreidig bauen eben also machst du das sagen oder was würde ich machen mir sogar ich mache gut nur halte ihnen drin aus da muss drei breites aus oh mein gott oh mein gott da gibt es müsste überall funktionieren ich hätte aber hilfe gebrauchen bei diesen boden ist einfach was hat er jetzt immer gekämpft drinnen nein ich war nicht mal in den nieder von ich hätte gar nicht da hätte immer hingehen müssen ich habe gar nicht in der nähe ich war sogar an der leiter noch und er ist da exaktiert ich weiß nicht wo der system jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen bin schon da alter ich vollkommen ich war nicht mehr da gestanden in der nähe so dass ich da jetzt hoch fliegt werde ich dann gekämpft ich mag es sind die hohen manchmal glaube ich aber hier will die die hoffen zu sagen warum ich wollte einfach mal das loch um zu ich habe es nicht kaputt gemacht okay ja ich sehe es nichts kaputt gemacht wo also das war eine gute energie ja das leute das war es wieder ich arbeite echt mit inkompetenten leuten zusammen habe ich das gefühl mit sauerin der kompetenten leute er hat sich mit der achse zu prügeln aber ich die ganze zeit sagen ich habe keine energie mehr ich habe keine energie mehr mama das war hier schon schmeißen mein chat pack runter du aber ja kein affe ich weiß noch irgendwas runter hier ja schon dein chat pack jetzt kam hoch und du dir deine sache trottel ich hatte dass ich angegriffen das ist verdient warum zahl er sei ich bei dem lg tv noch reingeprügelt damit du dich fixen kannst dass er mit lampen reinbauen kannst hinten dran ist wlan signal ranklotzt und dann passt das wieder ach so genau das ist aber jetzt ist die folge rum und dann geht es rüber zu blenden dafür bräuchte ich eigentlich noch die schärfe die kannst du dir besorgen ich habe mein terminal nicht mehr mein teppel habe ich nicht mehr das richtig gut muss meine frei kontroll dafür einschalten gleich bin ich weg vom server also dann bis zum nächsten mal leute wissen raus und